Guten Tag, lieber Schütze! Es ist eine Ehre, dich in unserem Kanal Taro Atemporal begrüßen zu dürfen. Ich möchte dir meine Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass du dich uns mit deinen Kommentaren und Leaks angeschlossen hast. Wir werden die Energien erkunden, die dich umgeben, um Klarheit über die Botschaften zu erhalten, die das Universum für dich bereithält. Denke daran, dass es allgemeine Lesungen sind, die zu dem Zeitpunkt angesehen und angehört werden können, den du für die Lesung wünschst, oder sogar zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Video in dein Leben gekommen ist. Herzlichen Glückwunsch, Schütze! Im Allgemeinen kündigt sich eine Steigerung deines Einkommens an, die aus der Frucht deiner Arbeit stand. Das bedeutet, dass du eine Beförderung erhalten könntest, Überstundenzahlungen, die sich verzögert haben, oder irgendeinen wirtschaftlichen Nutzen von einem Unternehmen. Wenn du derzeit keine Arbeit hast, bedeutet dies dennoch, dass bald ein vielversprechendes Jobangebot auf dich zukommt, das dich wirtschaftlich begünstigen wird. Außerdem wirst du Geld zurückerhalten, von dem du dachtest, dass es verloren ist. Dadurch kannst du deine ausstehenden Schulden begleichen. Es ist wichtig, dieses Geld dafür zu verwenden und dich von dieser Last zu befreien, damit die Energie von Wohlstand und Überfluss ständig fließen kann. Du hast einige Strategien zur Generierung zusätzlicher Einnahmen entwickelt, die jedoch nicht erfolgreich waren. Es ist an der Zeit, diese Bemühungen in eine andere Richtung zu lenken. Dieses Tarot legt dir nahe, nach anderen Möglichkeiten zu suchen, um Geld zu verdienen, die es dir ermöglichen, Dinge zu tun, die dir an Herzen liegen und mit deinem spirituellen Wachstum in Einklang stehen. Es ist an der Zeit, auf die Ideen zu setzen, die dir seit einiger Zeit im Kopf herumschwirren. Es ist wichtig, dass du an dich glaubst und deinen Ideen den entsprechenden Wert gibst. Selbstvertrauen wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Denke daran, es geht nicht nur darum, die Idee zu haben, sondern auch darum, sie zu verkaufen, deine Kunden zu erreichen, ihre Bedürfnisse zu erkennen oder wie du sie erreichen kannst. Betrachte die verschiedenen Möglichkeiten aus spiritueller Sicht. Aber du solltest die Dinge nicht unterschätzen. Du solltest mehr Aufmerksamkeit auf die Schritte richten, die du unternehmen wirst. Es ist ratsam, dich vor jeder Entscheidung beraten zu lassen. Denke daran, Wissen ist Macht. Dies wird es dir ermöglichen, die Energie des Wohlstands maximal zu nutzen, da sie sich immer weiter verstärken wird. Aber sei vorsichtig. Obwohl die Energie des Überflusses und des Wohlstands in deinem Zeichen liegt, solltest du nicht in unnötige Ausgaben verfallen. Du solltest sparen, das sollte nicht vernachlässigt werden, da es eine grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass die Energie in dir weiter fließt. Diese Karte zeigt einen direkten Fokus auf zukünftiges Sparen, um nicht in unnötige Schulden zu beraten, die am Ende deinen finanziellen Gleichgewicht stören. Es ist ratsam, einen Plan für deine Ausgaben zu haben und eine Ersparnisprojektion zu erstellen. Du fragst dich vielleicht, wie du sparen kannst, wenn das Geld wirklich für die Begleichung von Schulden ausgegeben wird. Hier liegt der Punkt. Bevor du mehr Schulden aufnimmst, um unnötige Ausgaben zu decken, ist es notwendig, die aktuellen Schulden abzubauen. Wenn die Beträge abnehmen, sollte das übrig gebliebene Geld nicht als verfügbarer Betrag angesehen werden, den man ausgeben kann. Du solltest es als Ersparnis planen, die es dir ermöglicht, zu investieren. Auf diese Weise kannst du die notwendigen Ressourcen haben, um die sich bietenden Chancen zu nutzen. Wenn du darauf nicht achtest, ist es eine Tatsache, dass die Schulden sich anhäufen und viele Sorgen bereiten werden. Die Karte betont weiterhin, wie wichtig es ist, deine Finanzen besser zu organisieren und aufzuhören, fast zwanghaft Geld auszubeben. Alles, was Expansion bedeuten kann, basiert auf Ressourcen. Wenn du sie nicht hast, wird es schwieriger sein, ein Projekt oder Unternehmen voranzutreiben. Betrachte das Sparen nicht als eine Einschränkung oder Verzicht auf etwas. Im Gegenteil, nutze es zu deinem Vorteil, um deine Finanzen zu steigern. Das Problem ist hauptsächlich emotional und nicht materiell oder finanziell. Ich hoffe, du verstehst die Botschaft, die das Universum dir vermitteln möchte. Es wird auch angekündigt, dass es bald an der Zeit sein wird, in Unternehmen zu investieren und sie stärker zu planen. Die lange Zeit harter Arbeit, in der du dich derzeit befindest, wird ein stabiles Gleichgewicht auf deinem Bankkonto bringen. Jede Opfergabe wird ihre Belohnung finden. Einige Menschen dieses Zeichens werden die Gelegenheit haben, ein ertragreiches und reichhaltiges Erbe zu erhalten. Es bedeutet nicht den Verlust von etwas, sondern ein Erbe im Leben, als Unterstützung für dein Geschäft oder dein Unternehmen. Nachdem du lange Zeit darum gekämpft hast, dein Geschäft, deine Ideen oder dein Projekt zu positionieren, wird es sich endlich in kurzer Zeit festigen und am Ende des Weges zu einem Triumph werden. Enges Botschaft Es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Du bist sicher und diese Situation steht unter der perfekten Kontrolle der göttlichen Vorsehung und der universellen Ordnung. Gib nur liebevolle Gedanken und Emotionen in die Situation, um sicherzustellen, dass das höchste Ergebnis mühelos zu dir und durch dich fließt. Um diese Energie zu verstärken, hinterlasse in den Kommentaren den folgenden Satz. Mein Geist ist auf die Frequenz von Reichtum und Fülle abgestimmt. Möge Wohlstand und Reichtum kommen, den du verdient hast. Diese Lesung wurde mit Liebe und Licht durchgeführt. Danke, dass du bis hierher gekommen bist. Für weitere Informationen über dein Schicksal, abonniere, gib einen Daumen nach oben und teile.